Buonio meine Freunde der Leichen- und Zeichenunterhaltung und willkommen zu einem neuen Spielmodus zusammen mit dem C-Expert. Yo! Heute handelt es sich um Lucky Block Wars, das habe ich schon mal die Tage mit dem Kranis gemacht, auf Kranis Channel. Ist ein verhältnisweise neuer Modus, läuft folgendermaßen ab, Tim hat das nämlich auch noch nicht gemacht und das ist jetzt glaube ich hier meine vierte Runde oder so. Ähm, wir werden gleich auf verschiedenen Inseln gespawnt und da befinden sich Schwämme. Wenn wir diese Schwämme zerstören, das sind die Lucky Blocks in dem Spiel hier, dann können sich darin zum Teil sehr gute Items befinden und dann aber auch zum Teil sehr, sehr schlechte, die uns zum Beispiel direkt in die Luft jagen. Von daher ist es ein reines Glücksspiel tatsächlich, was jetzt wie passiert. So, hier seht ihr die Insel, da sind die Schwämmchen, sollte man immer ein bisschen abschneiden. Muss kaputt machen? Genau. Und dann kommt da jemand raus, oh Hodor. Yo, ich werde direkt sterben. Ich, Hodor zum Beispiel jemand, der ganz gerne schnell explodiert. Ich guck mal kurz, da ist nichts drin. Hey, und wenn ich sterbe, bin ich tot. Ja, genau, dann bist du raus. Lol. So, wenigstens ne vernünftige Wisse. Zwei, dann bin ich tot. Ernsthaft? Ja, da kam voll viel Skelette raus. Es ist halt übertrieben unbalanced einfach, muss man nicht immer sagen, es ist echt übel. Hier, ich hab zum Beispiel auch schon ne Enderperle und ein Dia-Schwert, also so zum Verhältnis mal. Das ist halt richtig krass. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab auch voll viele Skelette mit Dia-Rüstung und so. Und Wither. Ach ja, genau, Alter. Ja, genau. Wie soll ich die denn ansatzweise nur töten? Ich bin tot, Alter. Das ist einfach scheiße. Gut, Leute, wir probieren es nochmal in der zweiten Runde. Es ist ein bisschen stressig, aber krass, Alter. Was für eine Scheiße war das denn? So, da sind wir in der zweiten Runde. Wir spielen jetzt auch eine andere Map, die kenne ich tatsächlich selber auch nicht. Guck mal kurz, oh, guck mal hier, Bogen und Pfeil. Ist er. Zack. Hä? Was hast du gesagt? Der Brustumbo. Nice. Und? Oh, wieder Mops. Ein Squid-Summoner. Aber nicht so stark. Ist das? Ob ich. Lol. Ich kann einfach Squids. Was haben wir denn? Oh, oh. Oh, Gott, Alter. Es explodiert einfach so unglaublich viel auf dieser Map immer. Wie gesagt, die, ähm, den Schizzle kenne ich jetzt tatsächlich persönlich selber noch nicht. Die Erze kannst du natürlich alle abbauen. Muss man ja auch immer mal dazu sagen. Oh, Gott, Creeper. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott, ich sterbe. Nein. Was ist das denn? Was? So, da sind wir wieder. Und was mir nebenbei mal aufgefallen ist, ist, dass wir, na doch, da haben wir gemacht. Alles cool. Ähm, jetzt sind wir auf noch einer anderen Map. Ich glaube, das ist die dritte Map, die es gibt. Schauen wir mal, was ist da rausgekommen? Ein verzaubertes Dierschwert. Mit Sharpness 1. Läuft auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ach, das ist Lucky Sword auch sogar. Right click to smite your enemies. Diese Lucky Sword kann potenziell dir richtig auf den Sack gehen. Also das heißt, ich könnte dich auch einfach mal... Oh, mein Gott. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ich hab verkackt wieder. Ich hab wieder die Skelette im... Right click to smite your enemies. Ich bin tot. Es ist doch nicht dein Ernst, Alter. Es ist doch nicht dein Ernst. Ich hab bei Kranie so gut gespielt. Zweimal diese Skelette. Vierte Runde jetzt. Leck mich am Atem. 40 Sekunden, Mann. Ja. Wir sind auf noch einer neuen Map. Ey, wir haben jetzt, glaube ich, alle Maps tatsächlich dann... Oh Gott. Nein. Bist du direkt tot? Ich hab ein Zombie mit dir erschwert. Und ich hab nur... Ah, nee. Ich hab das hier. Ich hab ein bisschen Schiss jetzt, um direkt was aufzumachen. Okay, gut. Du musst dir erstmal töten mit meiner Axt. Stimmt, du hast ja eine Axt. Ist hier irgendwas drin? Nee. Ich hab echt mega Schiss jetzt, Leute, dass ich direkt wieder verrecke. Ich möchte nicht nochmal verrecken. Oh, da ist wieder wer. Das war Hodor. Amin. Siehst du das eigentlich auch, Hodor, im Chat so? Was denn? Hodor. Im Chat. Okay. Läuft auf jeden Fall bei dem nicht löschbaren Blog. So, wir gönnen uns jetzt erstmal ein bisschen was zu essen. Was ist eigentlich hier drauf? Ach, das ist der Lucky Bow auch direkt. Nice. Ähm. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne mal hoch. Gut hinzähl zumindest. Äh. Ey, ich hab jetzt keinen Bock zu sterben, Tim. Ich werde mich jetzt hier verschanzen. Ich will mich jetzt hier verschanzen. Oh, im Baum ist noch ein Lucky Block. Oh Gott, gut, dass ich dann rangegangen bin. Das war... Bumm. Ey, ich hatte nur Pech, ne? Ich hatte einen Endblock. Ein Hodor. Eine explodierende Kiste. Und nur den Bow habe ich bis jetzt. Was geht bei dir so? Ich hab Schwert und Bogen. Okay. Aber wo ist denn der Block im Baum? Ähm, ein bisschen weiter da hinten durch. So, guck mal. Da ist ein Baum auch gebaut. So, wir füllen du... Anna. Ja, ja. Hier, guck, ich hab dir sogar... Oh, noch ein Bogen. Das ist gemein jetzt. Das finde ich fies. Das ist eine miese Brise, fiese Aktion. Meinst du, es geht noch runter irgendwo? Weiß ich nicht. Aber eigentlich sind immer Erze auf der Insel auch, ja. So, ich hab mir jetzt zumindest mal ein Schwert gemacht. Ähm, Target. Okay. Ich guck mal ganz kurz einfach. Ich will mich mal nach unten buddeln. Du bist wahrscheinlich direkt instant tot. Wir sehen uns dann. Ah ja, hier geht's weiter nach unten. Hast du einen extra Gang gefunden? Nee, es ist einfach nur Löcher. Ja? Hast du einen extra Gang gefunden? Nee, nee, doch nicht. Also, ja. Also, eigentlich gab's überall irgendwie Erze. Aber ich glaub, die sind... Wow. Alter, der töte mich. Echt? Bitte nicht als Erste. Bitte, bitte nicht als Erste sterben jetzt. Komm, lass die im Sterben. So. Allein das würde mir schon reichen als Genugtuung. So. Boah, Alter, wie tief's da runter geht. Man kann sich ja richtig weit runter buddeln. Krass. Hast du das mal gesehen? Ja, ich hab ihn getötet, glaub ich. Ja, ich seh er. Ex. Eco. Spacko. You're trapped. Find a way out. Oder? Okay. Äh, gut so. Weiß es nicht. Also, wenn er noch nicht... Doch, wenn er schon tot war, dann sind seine Sachen jetzt verbrannt. Verdammt. So, zack, 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 zack. Ja, verdammt. Zack. Bist du tot? Nö, nö. Aber seine Sachen sind weg. Falls er welche hat. Ich bin hier gerade richtig am Gucken. Richtig am Gucken bin ich hier, Tim. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich buddel mich gerade so nach unten. Aber hier sind einfach gar keine Erze. Ich dachte, hier wäre so ein fettes Erzvorkommen noch. Ich glaube nicht, dass mein Plan hier tatsächlich Sinn macht. Auf jeden Fall schon mal mehr als, als, äh, ne? Zehn Minuten überlebt. Ist schon mal der Anfang. Okay. Ich glaube... Ja, dieses Schwert ist echt OP. Das Lucky Sword? Also, alles ist OP. Ja, natürlich. So, schauen wir mal kurz. Hier ist Endstone. Dass es hier keine Erze gibt, wundert mich. Also, finde ich schon echt merkwürdig. Das ist eigentlich die perfekte Verbindung schon über den Baum. Aber läuft bei mir. Dann nochmal extra was zu machen. Oh, hier ist Essen. Anbrennen. Essen ist natürlich eine Idee, ne? Oh. Hm? Oh, ne. Ich habe gerade so einen Villager-Stack bekommen. Beinen und so. Und wollte die Schweine anbrennen mit dem Schwert. Aber dann ist sie alle gestorben. Anbrennen zum Kopf. Ähm. Ja, Mist, ne? Gibt auch nur so Kackmelons im Essen. Ja, irgendwie. Gerade. Ich riskiere es einfach mal, Leute in die Mitte zu gehen. Ich meine, ich habe auch einen Bogen. Ich habe sogar noch diesen Lucky Bow. Der macht sogar einen richtigen Bums noch. Aber in der Mitte ist schon voll viel gelootet worden. Und ich habe echt noch nichts Gutes. Hast du Rüstung oder so mal? Nee, gar nicht. Ich sehe auch niemanden. Ich sehe noch fliegende Schweine. Oh. Das hat ganz gut geohnt. Hä? Ich sehe auch noch fliegendes Schwein. Ja, die sterben irgendwann. Und droppen dann Essen. Oder du kannst sie töten, glaube ich, auch. Tatsächlich. Oh nein, ich werde hier sterben, glaube ich. Oh Gott. Ich bin auch echt nicht so gut. Doch nicht. Nicht so gut dabei. Ich habe ein bisschen Panik gerade. Ich bin... Oh, halten. Hallo. Hi. Wow. What? Du hast den einfach weggesteckt. Wie viele Herzen hast du noch? 90. Gut. Nicht mehr viel. Ich sterbe jetzt. Alles Herz hatte ich. Ach, du bist tot? Ja. Yes, Alter. Yes, yes, yes. Okay. Alter. Ich wollte gerade fragen, als du geschossen hast. Da kämpfen wir jetzt gegeneinander? Und dann kam ich schon so ein Schwein. Oh Gott, ich habe so Angst, dass etwas drin ist, was Böses. Oh, nix wieder. Mann. Ich habe so gar nichts gerade, ey. Oh Gott, irgendjemand schießt auf mich. Oh, ich habe nichts mehr, Alter. Oh Gott. Oh Gott, wo ist hier? Lucky Block. Grüß dich mal in den Lucky Block. Wenn ich sterbe. Oh, Mann. Ich habe so Pech, Alter. Hinter den Faltönen auch noch, ne? Hinter den Faltönen auch, echt? Ach so, krass. Oh Gott, ein Hodor. Okay, gut, das weg. Oh Gott, da ist doch jemand. Ich höre den doch. Wo ist der? Da. Nach da oben. Ich habe kein Schwer dran. Ich habe keins. Oh Gott, ein halbes Herz, Alter. Oh Gott, oh Gott, ich werde jetzt sterben. Der kann ich jetzt wegfüllen. Nein! Nein! So ein dummer Mist, ey. Ich wollte gerade rumspringen und nochmal draufballern. Der kann doch auch nicht mehr so viel gehabt haben. Naja, Leute. Das ist zumindest mal zu so einem kurzen Einblick. Es ist super, super schwer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall mal bei Tim vorbei. Alles in der Beschreibung verlinkt. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Besonders, weil es so schrecklich unberechenbar ist und man richtig gut spielen muss dann. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall mal in den nächsten Folgen wieder. Haut rein. Bis dann und tschüss.